Frau Mag. Sabine Koller aus dem Bundesrechenzentrum, ich begrüße Sie recht herzlich. Sabine Koller ist Leiterin der Abteilung für Beschaffung und Recht der heute schon vertretenen Bundesrechenzentrums GSMBH. Auch sie hat das Studium der Rechtswissenschaften hinter sich, ein postgraduales Studium zu Einkauf und Supply Chain Management an der Donau-Universität Krems. Sie ist seit 1999 Juristin, seit 2002 Leiterin der Abteilung Beschaffung und Recht in der Bundesrechenzentrums GSMBH. Und zwar nebenbei zahlreiche Vortragstätigkeiten im Vergabe- und Vertragsrecht und mehrere vergaberechtliche Publikationen. Sie ist für mich persönlich bedauerlicherweise im Thema Open Source heute die einzige Dame. Umso mehr freut es mich, dass sie da ist. Ach ja, Damen und Open Source. Im März dieses Jahres haben zwei Open Source-Entwicklerinnen, eine Minderheit, eine Organisation namens ADA-Initiative gegründet, die die Mitarbeit von Frauen an freier Software fördern soll. Als Namensgeberin hat diese Initiative die britische Mathematikerin ADA Lovelace gewählt. Sie arbeitete im 19. Jahrhundert mit Charles Babbage zusammen, für dessen mechanische Rechenmaschine sie die Programmierung in der Theorie beschrieben hat. Daher gilt sie auch als erste Programmiererin. Und noch ganz nebenbei, ihr zu ehren, gibt es auch einen sogenannten ADA Lovelace Day, der 2011 am 7. Oktober stattfinden wird. Soweit ein kurzer Ausflug zu den Frauen in Open Source. Das eine Dame haben wir da. Ich bitte Sie, diese Dame, um Ihre Ausführungen. Dankeschön. Schönen guten Nachmittag. Ich bin zwar nicht die Dame des Open Source bei uns im Haus, sondern das macht an und für sich eine Kollegin, die derzeit auf Urlaub beilt. Ich hoffe, sie würdig vertreten zu können. Sie haben schon gehört, dass die BRZ Open Source einsetzt und zwar nicht so knapp. Das heißt, wir beschäftigen uns noch nicht sehr lange damit, aber in dieser Zeit dafür sehr intensiv. Und das ist der Ausflug, in den ich Sie mitnehmen will. Wie gehen wir rechtlich mit der Open Source-Thematik bei uns im Haus um? Ich würde gerne mit ein paar grundsätzlichen Themen beginnen, bevor ich wirklich in die rechtliche Betrachtung einsteige. Ich glaube, man muss sich auch ein bisschen beschäftigen mit der Thematik, wo sind jetzt wirklich die großen Unterschiede zu proprietärer Software, also Software-Urheberrechte von einzelnen Herstellern dahinter liegen. Bei proprietärer Software bekommt man sehr oft den Source-Code nicht zur Verfügung gestellt. Die Nutzungsrechte sind sehr oft sehr eingeschränkt verfügbar. Wir in der BRZ spüren das schon dann. Wir verwenden sehr wenig Software ganz alleine für unseren Bedarf, sondern setzen sie insbesondere in Kundenapplikationen ein. Auch das wird schon sehr oft zur Herausforderung, das mit Softwareherstellern entsprechend vereinbaren zu können. Lizenzentgelt ist nicht zu knapp und es besteht eben kein Weitergaberecht. Das ist das, was uns sehr große Schwierigkeiten macht. Bei der Open Source-Software ist der Source-Code verfügbar in einer für menschenlesbaren Form. So sagt man mir das, das kann ich nicht so verifizieren. Die Software ist uneingeschränkt nutzbar im Rahmen der Lizenzbedingungen, wobei sich die Lizenzbedingungen nicht so sehr mit der Nutzung beschäftigen. Es ist kein Lizenzentgelt, fällt an und es gibt meistens keine Beschränkung in der Weitergabe. Was sind die Vorteile? Ich habe schon sehr viele gehört, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen. Den vergaberechtlichen Aspekt habe ich nicht so berücksichtigt. Der trifft uns natürlich genauso wie das Magistrat Wien, nämlich dass die Software sehr einfach zu beschaffen ist, nämlich außerhalb eines formalen Vergabeverfahrens. Auch finanziell, grundsätzlich fallen keine Lizenzkosten an, es sei denn, man kauft Handbücher dazu, Schulungen dazu, Support dazu, etc. Es fließt das Know-how mehrerer Softwareentwickler in die Open Source-Software ein. Das heißt, es ist nicht nur ein Hersteller, der dahinter sitzt, sondern eben eine gesamte Community, die das weiterentwickelt. Man ist nicht von einem Hersteller abhängig. Das heißt, ja oft kann man einen Fehler selbst beheben, können den mehrere Dritte beheben. Und man ist nicht gezwungen, sozusagen das von einem einzelnen Hersteller zuzukaufen. Die Nutzung an und für sich ist an wenige Bedingungen geknüpft. Und die Aktualität ist sehr hoch aufgrund der ständigen Weiterentwicklung durch die Community. Was es uns sehr schwierig macht als Juristen, ist diese Lizenzbedingungen rein rechtlich zu betrachten, weil die Lizenzbedingungen der Open Source extrem gutes technisches Know-how voraussetzen. Also wir haben uns da durch sehr viele von den großen Lizenzen durchgekämpft, abgesehen davon, dass sie eben sehr oft in englischer Sprache sind und das nicht so einfach auch ins österreichische Recht umzusetzen sind. Es ist wirklich, man braucht gute Kenntnisse zur Softwarearchitektur und beurteilen zu können, welche Auswirkungen jetzt der Einsatz der Open Source Software hat im Unternehmen. Und die technische Sprache und die juristische Sprache, die weichen oft massiv voneinander ab. Also da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, wie etwas technisch, juristisch zu bewerten, ist es wirklich schwierig. Und es gibt auch, wir haben versucht ein bisschen die Lizenzbedingungen der Open Source zu vergleichen mit Bedingungen von proprietärer Software. Das kann man fast nicht. Die verwenden wirklich unterschiedliche Sprachen in den Lizenzbedingungen. Dazu kommt noch der starke Auslandsbezug. Die meisten Open Source Software wird angloamerikanisches Recht zugrunde gelegt, das einfach, das wir nicht so gut kennen, mit dem wir nicht so gut umgehen können, nicht wissen, welche Konsequenzen das sehr oft hat, wenn man das in Österreich umsetzt. Und es gibt ausländische Judikatur dazu, aber das heißt nicht, dass die in Österreich eins zu eins anwendbar ist. Und jetzt komme ich auch schon zu den rechtlichen Ausführungen im Detail. Wo sind die Risken beim Einsatz von Open Source Software aus rein rechtlicher Sicht? Das größte Risiko aus unserer Sicht ist der Viraleffekt. Das heißt, es gibt eine Veröffentlichungspflicht in den meisten Lizenzbedingungen, sobald man den Source Code bearbeitet oder den öffentlich verwendet. Ich komme zu diesen Begriffen noch im Detail. Wie gesagt, was ich auch schon gesagt habe, dass die Lizenzbedingungen weitgehend aus dem angloamerikanischen Rechtsbereich stammen und sie daher kaum in österreichisches Recht zu subsumieren sind. Man weiß oft nicht, welches Recht ist jetzt einfach anwendbar. Und das, was sehr spannend ist, ist, wen kann man eigentlich klagen? Das heißt, ich komme jetzt mit sehr vielen rechtlichen Ausführungen und es stellt sich in letzter Konsequenz immer die Frage, um wen klage ich die Community? Fast unmöglich, ja. Also wir beschäftigen uns hier mit sehr vielen Dingen, die eher philosophischer Art sind. Was auch passiert, also die Lizenzbedingungen sind sehr intransparent, weil sie sehr techniklastig sind, noch techniklastiger als die von proprietärer Software. Haftung und Gewährleistung wird weitgehend ausgeschlossen. Was ich jetzt nicht so tragisch finde, weil ich wüsste ohnehin nicht, bei wem ich es einfordere. Bei wem soll ich die Gewährleistung einfordern? Es gibt kaum Judikatur und Literatur dazu. Wobei, Judikatur gibt es mittlerweile ein bisschen. Ich habe vorher schon gesagt, ich komme vor allem zu dem Themenschwerpunkt virale Effekt. Was bedeutet das? Im Gegensatz zu proprietärer Software, wo wir von einem Copyright reden, reden wir bei Open Source Software von Copy Left. Das heißt, unbeschränktes Verbreiten und Bearbeiten von Software ist an die Bedienung geknüpft, dass dieselben Freiheiten wieder weitergegeben werden. Das heißt, ich bin verpflichtet, den Source Code zu veröffentlichen. Es gibt jetzt verschiedene Lizenzbedingungen, die unterschiedliche Ausprägungen dieses Copy Lefts haben. Die GPL zum Beispiel hat einen extrem starken viralen Effekt. Also sobald ich die Software in irgendeiner Form bearbeite, verwende oder öffentlich mache, und der öffentliche Begriff ist jetzt nicht sehr weit zu sehen, also ich würde mich nicht einmal trauen, wenn ich in einem eigenen Unternehmen sozusagen verwende, weil zu sagen, ich habe im eigenen Unternehmen zu allen, die es nutzen, eine persönliche Beziehung im Sinn von persönlicher Beziehung, habe ich nicht. Also sobald man Open Source Software in einem großen Unternehmen einsetzt, würde ich sagen, dass wir hier von dem viralen Effekt schon sprechen. Aber Faktum ist, sobald ich es bei wem anderen auch noch einsetze, habe ich diese Veröffentlichungspflicht. Es gibt ein paar Bedienungen, die ein sehr schwaches Copy Lefts haben, wo der Viraleffekt nicht sehr groß ist von den Lizenzbedingungen. Wie gesagt, die Öffentlichkeit habe ich jetzt schon ein bisschen angeschlossen. Es setzt zwei so Dinge voraus, persönliches Kriterium und quantitatives Kriterium. Also wie gesagt, wenn Open Source Software jetzt nur in persönlichen Beziehungen weiterverwendet wird, da redet man aber eher vom privaten Gebrauch. Das ist in einem Unternehmen schon ausgeschlossen. Sobald ich die Software auch noch, die veränderte Software auch noch beim Kunden einsetze, muss ich das veröffentlichen. Das stellt insbesondere auch bei uns, führt das zu Einschränkungen des Einsatzes von Open Source, weil ich kann ganz schlechte Finanzapplikationen, wo ich das zum Einsatz bringe, dann, wo ich es verwendet, dann den Source Code veröffentlichen. Das würde nicht auf große Gegenliebe stoßen. Wie gesagt, ein nächstes Thema sind die Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse. Die Lizenzbedingungen gelten in der Regel wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Das heißt, sobald ich die Open Source Software runterlade, akzeptiere ich die Bedingungen. Grundsätzlich gilt die Inhaltskontrolle. Konsumentenschutz ist nicht relevant. Die Gewährleistung ist weitgehend ausgeschlossen, darf auch ausgeschlossen sein, weil die Open Source Software entgeltfrei ist. Haftungsausschlüsse für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten sind zum Beispiel im österreichischen Recht nicht vorgesehen. Die Haftung reduziert sich dann trotzdem auf null. Ich sage nur, ich finde das nicht so kritisch. Das sehen jetzt ein paar Kollegen bei mir im Haus kritischer, weil ich, auch wenn ich die Rechte hätte, ich wüsste nicht, wen ich klagen kann. Und das ist die Thematik. Es ist auch unklar, ob die Produkthaftung, ob hier Produkthaftungsbestimmungen gelten, ja oder nein. Also die gesamte rechtliche Thematik ist wirklich sehr unklar, wie man das behandeln kann. Was sind die Risiken? Und zwar die rein rechtlichen Risiken, wenn ich Open Source Software einsetze. Das größte Risiko durch die Nichtveröffentlichung ist Verletzung der Lizenzbedingungen. Daraus resultieren Schadenersatz, Unterlassungsansprüche und vor allem Image-Schäden. Jetzt sagt man, okay, und wer macht das gegen mich geltend? Wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Sie existiert mittlerweile. Es gibt findige Anwaltskanzleien, die merken, dass man daraus Geld machen kann und einmal einfach hier Klagen ansetzt. In Deutschland gibt es die ersten Klagen. Es sind Verfahren bereits eingeleitet worden, gegen den Verstoß der Lizenzbedingungen. Auch in den USA gibt es die, die werden dort auch medial sehr ausgeschlanktet, weil es insbesondere, Apple ist ein Betroffener, weil Apple sehr viel eben mit Open Source Software arbeitet und scheinbar nicht alles veröffentlicht, was sie dann damit tun. Aber es gibt noch keine einzige Entscheidung zu der Sache. Also es gibt jetzt die ersten Gerichtsverfahren, die anhängig sind. Es gibt noch keine Entscheidung dazu. Wie gehen wir also jetzt in der BRZ damit um? Ich glaube, der eine Kollege hat schon gesagt, wir setzen Open Source Software ein, aber nicht nur im Justizumfeld, auch bei anderen. Das heißt, wir haben uns irgendwie überlegen müssen, wie gehen wir im Unternehmen damit um, wenn wir das einsetzen. Ich weiß nicht, ob Sie die Lizenzbedingungen kennen, die sind oft 20, 30 Seiten lang. Man kann also nicht jedes Mal, wenn man sich überlegt, setze ich Open Source Software ein, ja, nein, die ganzen Bedingungen prüfen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben einfach die für uns in der BRZ wichtigsten Lizenzen versucht einzustufen. Ja, und da sind wir bei der GPL, bei GNU. Da gibt es ja schon verschiedenste Versionen. Die Einstufung erfolgt uns nach schwarz, mittelgrau und hellgrau. Ja, also schwarz heißt sehr starker viraler Effekt. Also wir setzen ihn nur dann ein, wenn wir nicht bearbeiten den Source Code, wenn wir ihn nicht mit proprietärer Software verbinden, auch nicht mit anderer Software verbinden und wir kombinieren ihn nicht mit Software, die wir selbst in der BRZ entwickelt haben. Wenn wir die Software darüber hinaus einsetzen, dann muss wirklich der Einsatz an sich detailliert überprüft werden und vor allem dann, wenn wir diese Dinge tun, auch geschaut werden, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass wir diesen Source Code veröffentlichen. Wenn wir das nicht können, dann nehmen wir Abstand oder sollten Abstand nehmen. Es gibt dann andere Lizenzen, die in den dunkelgrauen Bereich fallen, aber auch da ist die Vorgabe sehr streng. Also Einsatz ohne umfassende technische rechtliche Prüfung, das muss immer Hand in Hand gehen. Nur dann, wenn wir sie nicht mit proprietärer Software verbinden, wenn wir sie nicht bearbeiten und wenn wir sie nicht mit von uns entwickelter Software in Verbindung bringen oder unsere Techniker sagen, ja, die Lizenzbedingungen sind trotzdem so, dass wir glauben, dass wir uns daran halten. Die sagt es sehr bewusst, glauben, dass wir uns daran halten. Es gibt dann auch eben noch Software im hellgrauen Bereich, die man relativ unbedenklich einsetzen kann, auch verwenden kann, weil sie nicht so strenge Vorschriften haben, was die Veröffentlichung betrifft. Wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, aber das sind so die Bewertungsmaßstäbe, die wir haben. Sehr vereinfacht dargestellt, wird der Source-Code nicht modifiziert und nicht mit anderer Software in Verbindung gebracht, dann ist der Einsatz okay und wird freigegeben. Passiert das Gegenteil, können wir im hellgrauen Bereich sagen, ja, Einsatz ist okay und bei allen anderen Lizenzen müssen wir wirklich im Einzelfall gemeinsam mit den Technikern überprüfen, halten wir uns an die Lizenzbestimmungen, wie können wir uns daran halten, was tun wir, welche Konsequenzen das hat. Unsere Prämisse, das muss ich schon auch sagen, ist, wir halten uns an die Lizenzbedingungen, weil wir keine Lust darauf haben, dass wir ein gefundenes Fressen für die Medien, wenn drinnen steht Bundesrechenzentrum GmbH Verstoß gegen Lizenzbedingungen. Die Konklusion aus dieser rechtlichen Betrachtung, ich hole jetzt, glaube ich, viel Zeit ein, ist relativ einfach. Wir haben viele rechtliche Risiken bei der Open-Source-Software, ich muss aber auch sagen, wir haben sie auch bei der proprietären Software. Die Lizenzbedingungen bei proprietärer Software sind extrem streng, ich nenne die großen Hersteller Microsoft, Oracle, auch da darf man so gut wie gar nichts damit tun, das heißt, da ist nicht so ein großer Unterschied. Wenn ich die Open-Source-Software unverändert einsetze, ist das Risiko sehr überschaubar, wenn ich sie bearbeite, wird es ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, noch einmal, ich glaube, es ist auch auf der Homepage der OSBIC abgebildet, die haben es ein bisschen anders dargestellt, aber das ist so eine Pyramide, sehr strenge Lizenzbedingungen, weniger strenge Lizenzbedingungen, aber in etwa so gehen wir vor. Unsere Empfehlung ist trotzdem, bevor Sie Open-Source-Software einsetzen, die Lizenz prüfen und die Lizenzbedingungen lesen, gemeinsam mit den Technikern. Ja, so sehen wir das. Ich danke Ihnen.